Die Reise des Schamanen beginnt. Oh, dann werf ich Jubellieder ins Lobpreisen der Natur. Echo spricht die Töne wieder. Alles preist den ewigen Nur. Aber alles macht mich irr. Immer dummer vom Gewirr seh ich kaum den Weg mehr. Werde ich aber vor ihr stehen, will ich umso klarer sehen oder gar erblinden. Scheiße interessiert mich nicht. Fäkalien interessieren mich nicht. Aber ich will Sex. Meine Hauptdarstellerin hatte ich soweit, dass sie alles machte, was ich ihr abverlangte. Läuft die Kamera? Meiner Meinung nach muss der Schauspieler im Film entschieden schmiegsam sein. Eigentlich braucht er überhaupt nichts zu machen. Er muss ein ruhiges und natürliches Benehmen haben, was übrigens gar nicht so einfach ist. Und er muss es hinnehmen, dass er benutzt wird und vom Regisseur und der Kamera in den Film eingebaut wird. Er muss es der Kamera überlassen, die besten Akzente und die besten Höhepunkte zu finden. Wen hast du umgebracht, Kind? Morgenstern und Beuth. Und wie? Sag, wie hast du es gemacht? Ich habe es dir gefangen. Ich habe es dir gefangen. Wissen Sie, was ich an der Dunkelheit so mag? geez ich. Man sieht nichts. Und man kann sich alles vorstellen.